Neuer Tag, neuer Booster. Folge 1309. Hallo und herzlich Willkommen. Eine Fünfer-Core-Karte hier. Mega. So, Armored Beast Gullen Bursty. Divilish Prankster Inn. Ich glaube, die ist auch neu. Es fehlen auch gar nicht mehr so viele Karten. Dann Gale Yale. Sagt mir jetzt auch nichts. Ovi Raptodon. Haben wir bestimmt schon mal gezogen. Kommt mir auch sehr bekannt vor vom Artwork her. Skele Viper. Ja, die haben wir auf jeden Fall schon mal gehabt. Dann Greenfield of the Victor. Auch schon im Ordner enthalten. Stream Otter. Die müssen wir auch schon haben. Flame Breath. Flammenatem. Dann die erste Ankammel. Netherworld Deaths. Blaze Dragonoid Magroo. Und wir haben hier wieder zwei Holokarten. Volcanic Canyon ist jetzt hier die erste. Eine Ankammel. Und haben wir wieder einen Kracher hier. Wir haben wieder eine X-Rare am Start. Dualgun Mechlord Dermdynia. Ja, auch wieder ein ziemlich starkes Artwork. Ich finde, die sehen manchmal so überladen aus, dass man erstmal genau hingucken muss, was ist denn hier jetzt was. Ja, also ist immer schwierig zu erkennen teilweise. Eine sehr, sehr schöne Mecha-Karte. Und dann zum Schluss nochmal die Core-Karte mit fünf Chores. Ja, bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen.